Nun an Menschen außerhalb Deutschlands. Seit 2012 bis 2019 und weiter bis heute haben Nazi-Parasiten von Zuchtkolonie Theremonia getarnt und hat deutsche Menschen mich Zuhälter genannt. Nun, ich, Marty Schmidt, ich bin ein Zuhälter von Nazi-Huren, männliche und weibliche. Für mich gibt es auch Transgender-Nazi-Huren und Nazi-Bastarde. Ich habe diese namentlich und deren Positionen. Ja, ich habe Namen, Gesichter, Positionen von dieser Zuchtkolonie Theremonia getarnt in Dortmund. Also, ihr Menschen außerhalb Deutschlands, ich vermiete meine Labor-Ratten-Labor-Tiere. Ich habe ein Laboratorium in Europa, Jail United School. Wenn Nazis sagen, ich bin Zuhälter gewesen, dann bin ich heute Zuhälter vor Nazi-Parasiten. Weibliche, männliche, Transgender. Hm, die Vatikaner sind auch in meinem Programm. Ihr könnt aussuchen. Ich habe Papst, Franziskus, Pedo, Kardinäle und so weiter. Bischöfe, die sind Bisexuelle. Falls jemand braucht, ich habe ein komplettes Programm für euch Menschen. Ja, ich habe über zwölf Jahre studiert in KZ-Teremonia. Merkt euch vor Zukunft.